Zweiter Preis. Eine Woche Berlin. Die trendigste Stadt Deutschlands. Kücheneinblick im Marriott Hotel am Potsdamer Platz. Die offene Showküche und die Brasserie garantieren spannende Tage. Erlebe die kulinarische Vielfalt an Restaurants und das pulsierende Nachtleben an und um den Alexanderplatz, dem größten innerstädtischen Platz Deutschlands. Für ein Nachtessen geht es auf den 207 Meter hohen Berliner Fernsehturm Aussicht pur. Gesponsert von Hilkona Scharn.